Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaltet heute zu einem neuen Video zu unserem Liebsten, zu unserem Schönsten, zu unserem alles bestimmten Thema für jeden Networker im Network Marketing, das Thema Geschäftspartnergewinnung. Und ich möchte mich heute einer ganz speziellen Strategie mal widmen. Ich möchte euch ein Konzept vorschlagen, das ist schon mal ein Versprechen vorab, was ihr in der Form nicht kennt und was euch auch in der Form noch niemand nahegebracht hat. Ich halte das für sehr, sehr revolutionär und doch ist es im Ansatz vom Grundgedanken her sehr, sehr einfach. Es liegt eigentlich auf der Hand, es liegt sehr, sehr nahe. Man muss nur erst mal darauf kommen. Und zwar nenne ich dieses Konzept Networking mit System. Networking mit System, was verbirgt sich dahinter? Das ist relativ einfach erklärt. Viele von euch wissen ja, dass wir bekannt sind dafür oder dass unsere Ursprungs-DNA der Direktkontakt ist. Also wir zeigen euch, wie wir immer oder wie ihr immer und überall mit Spaß und Niveau neue Geschäftspartner kennenlernen. So sind wir irgendwann mal gestartet. Und dieses Thema Networking mit System, das ist mehr oder weniger die professionelle oder die intellektuelle Weiterentwicklung dieser Strategie Direktkontakt. Weil es ist einfach nicht jeder so drauf wie ich oder wie andere extrovertierte Menschen irgendwo in der Öffentlichkeit zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey Sie, Sie sind mir gerade positiv aufgefallen und ich hätte Sie gerne für eine geschäftliche Zusammenarbeit in meinem Business gewonnen. Was machen Sie denn beruflich? Ist ein zweites Standbeid oder Zusatzverdienst für Sie interessant? Darüber habe ich mir lange nachgedacht über diese Aussage und habe mir gedacht, Mensch, gibt es denn nicht irgendwas Cleveres? Gibt es denn nicht was Spannenderes? Beziehungsweise kann man es den Menschen, die das lernen wollen, nicht noch leichter machen im Ansatz? Und daraus ist also dieses Konzept Networking mit System entstanden. Grundsätzlich nochmal, was ist denn Networking überhaupt? Aus meiner Sicht, das Problem, was wir haben im Network Marketing ist, wir sind zu sehr umsatzfokussiert. Wir wollen Umsatz machen, wir wollen Geld verdienen, wir wollen neue Geschäftspartner gewinnen. Was wir aber alle, jeder auf seinem Niveau ein Stück weit mehr wieder werden müssen, ist menschenorientiert. Wir wissen, Umsatz ist ein Abfallprodukt aus guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Das könnt ihr euch bitte mal aufschreiben. Umsatz ist ein Abfallprodukt aus guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Mir hat mir jemand gesagt, Mensch, Herr Schlosser, hören Sie auf zu verkaufen, fangen Sie an, gute zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Hören Sie auf zu rekrutieren, fangen Sie an, gute zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Was bedeutet das jetzt konkret? Grundsätzlich nochmal hier so ein paar Gedanken über die DNA des Rekrutierens oder des Sponsorns. Immer wenn ich auf unseren Seminaren frage, was hättet ihr denn gerne für Geschäftspartner, dann kommen so Aussagen, ich hätte gern die Macher im Team. Ich hätte gern wahrhaftige Leader im Team. Ich brauche Leute, die wirkliche Ziele haben. Ich brauche Leute, die wirklich motiviert sind. Und um ehrlich zu sein, das verstehe ich alles. Aber die sind aber auch nicht so leicht zu finden, weil wenn man sich jetzt in der Öffentlichkeit bewegt oder irgendwo ganz normal am Leben teilnimmt, die haben das halt nicht auf der Stirn stehen. Ich bin ein Macher. Deswegen bitte gern auch mal aufschreiben, mein Ansatz. Ich sage dann immer, du brauchst keine Macher. Du brauchst auch keine wahrhaftigen Leader. Du brauchst auch keine Leute, die Ziele haben. Du brauchst auch keine Leute, die schon Warum mitbringen. Das kann man alles denen geben oder dafür kann man als Führungskraft suchen. Das Sorgen, das was du brauchst und denk da mal bitte drüber nach, sind Menschen, die so sind wie du, die so ähnlich ticken wie du, mit denen du etwas Verbindendes hast. Und jetzt werde ich sagen, wofür ist das notwendig? Ganz einfach. Wenn es bei Menschen Verbindung gibt, also in dem Sinne, dass man vielleicht eine ähnliche Vita hat, also einen ähnlichen Lebenslauf, aus einer ähnlichen beruflichen Richtung kommt, dass man ähnliche Hobbys hat, dass man ähnliche Interessen hat, dass man sich für ähnliche Dinge interessiert, dann werdet ihr festgestellt haben, das hat jetzt nichts mit Network Marketing zu tun. Immer wenn das bei Menschen so ist, Beispiel, ich bin Angler, wenn ich auf einen anderen Angler irgendwo treffe, dann ist mir der vom Grund auf schon mal sympathischer als jemand, der nicht angeln geht. Wisst ihr, was ich damit meine? Also mit einem Angler schaffe ich viel schneller Sympathie aufzubauen, da bin ich viel schneller im Gespräch und es geht ganz, ganz leicht, dort einfach schnell Verbindung zu finden. Und das ist dieser Grundansatz, dieser intelligente Grundansatz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Also der Grundansatz ist, finde Menschen, mit denen dich etwas verbindet, die ähnlich ticken wie du. So, und wenn du das Ganze jetzt mit System machen möchtest, dann solltest du mal die Gedanken anstellen oder mal so überlegen, wie würde denn jetzt eine Unternehmensberatung rangehen? Das Problem bei Networkern ist immer, sie sind so emotional. Heute machen sie mal was, morgen machen sie mal nichts, heute funktionieren da was, dann funktioniert mal wieder nichts. Heute haben sie mal jemanden, der das Geschäft machen will, dann freuen sie sich, morgen springt der wieder ab, dann sind sie wieder traurig. Das ist alles so sehr emotionsbeladen und emotionsgesteuert. Lasst uns das doch mal ein bisschen pragmatisch angehen. Professionell und mit System bedeutet, eine Unternehmensberatung würde sich jetzt erstmal hinsetzen und sagen, okay, und das würde ich euch jetzt genau an der Stelle empfehlen. Nehmt mal ein Blatt Papier raus und macht euch doch mal kurz Gedanken, was seid ihr für ein Mensch oder was bist du für ein Mensch? Schreibt da mal alles drauf, was dich als Mensch ausmacht, deine Neigung, Interessen, Hobbys, dein Beruf und dergleichen. Ich mache das jetzt mal für mich bloß kurz angerissen. Ihr sollt das Prinzip verstehen. Also ich würde mich jetzt hinsetzen, würde da draufschreiben, ich mache gern Sport, Bodybuilding, Freeletics, ich interessiere mich für Ernährung, gesunde Ernährung. Ich interessiere mich, ich fahre gern in Urlaub. Wohin fahre ich gern in Urlaub? Nach Mecklenburg, nach Norwegen, in die USA, nach Asien. Dann würde ich aufschreiben, was ich so für Interessen habe. Erfolg, Geld verdienen, ich interessiere mich für Sachwerte, ich interessiere mich für Immobilien, ich interessiere mich für Wein, ich interessiere mich für gutes Bier, ich interessiere mich für Erfolgsliteratur. Ich will das jetzt mal hier nicht weiter ausdehnen, aber wenn ich das jetzt eine halbe Stunde machen würde, dann hätte ich da bestimmt 30, 40, 50 Punkte drauf, die relevant sind. Nochmal so von der Vita her, ich komme aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, ich habe mal Physiotherapeut gelernt, ich habe ein angefangenes Psychologiestudium, ich habe mal Mess- und Regeltechnik vom Beruf gelernt, das muss da alles mit drauf, in dem Falle eure Sachen. So, jetzt habe ich also konkretisiert, was mich als Mensch ausmacht und jetzt kommt der geniale Move. Alles, was mich jetzt ausmacht, steht auf diesem Blatt Papier und die Frage ist jetzt, wo finde ich denn jetzt Menschen, die ähnlich drauf sind oder die womöglich viele, vielleicht nur eins, aber dafür umso intensiver, dieser Punkte mit mir übereinstimmen. Wo sind die Leute, die so ticken wie ich? Wo sind andere Ossis? Wo sind Physiotherapeuten? Wo sind Leute, die sich für gutes Essen interessieren? Wo sind Leute, die gern kochen? Wo sind Leute, die, das habe ich vergessen, ich gehe gern zur Jagd, ich gehe gern angeln, ich bin gern in der Natur, ich sammle Pilze, ich liebe meinen Garten, ich bin ein leidenschaftlicher Gärtner. Wo finde ich Leute, die sich für Jagd interessieren, für Angeln, für Garten, für Pilze suchen, die gern ein Insektenhotel im Garten aufhängen, so wie ich oder ein Fledermaus, Häuschen oder wie auch immer. Also ihr merkt, das, was jetzt so lustig ist, das muss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das muss alles auf diese Liste mit drauf und dann setzt ihr euch mal hin und da brauchen wir ein bisschen Gespür dafür, aber wenn man das einmal gemacht hat, eine halbe oder dreiviertel Stunde, dann wird das relativ schnell klar. Ihr setzt euch hin und fangt mal an zu googeln nach, und jetzt kommt's, Veranstaltungen, Events oder Anlässen, die in irgendeiner Form etwas damit zu tun haben. Also ihr könnt jetzt anfangen zu googeln, ich wohne in München, Events München, also man fängt immer vom Großen zum Kleinen an oder vom Allgemeinen zum Speziellen. Dann googelst du Events Ernährung München. Ernährung ist jetzt ein breites Thema, da könnte man sagen, Events Vegan München, Events Vegetarier München, Events Keto München, Events Paleo München. Also das System bedeutet, wenn ihr jetzt nur nach Events München sucht, werdet ihr wahrscheinlich nicht das finden, was ihr sucht. Ihr müsst versuchen, das Ganze zu konkretisieren und ihr werdet so überrascht sein, das ist so spannend, was ihr dort alles für Events und für Möglichkeiten findet, wo es eben um solche Sachen geht. Ihr werdet Infoveranstaltungen finden, ihr werdet Vorträge finden, ihr werdet Messen finden, ganz, ganz viel in diese Richtung. Und das Konzeptionelle in diesem Konzept ist, dass ihr das so macht, dass ihr das Ganze mal im Voraus auf die nächsten, sagen wir mal, zwei Monate euch schon mal zusammen googelt. Und die Aufgabe ist also, zweimal pro Woche, ihr könnt das gerne nach eurer Fasson auch mehr machen, nur zweimal in der Woche kann wirklich jeder realisieren, auch jeder Nebenberufler, zweimal pro Woche proaktiv nach Systemen auf ein Event oder eine Veranstaltung zu gehen, auf der Menschen sind, die so sind wie ihr, mit denen ihr also eh Spaß habt, euch auszutauschen, mit denen es euch eh leicht fällt, schnell Verbindungen aufzubauen und auf diesen Events jeweils ein, zwei, vielleicht sogar drei neue Bekannte dort mitzunehmen. Es geht also um den proaktiven Aufbau eines neuen Kontakt, gern auch Freundeskreises. Weil der Hintergrund ist nämlich der, dass wenn man heute 25 oder 30 ist, dann hat man einen relativ manifesten Freundes- und Bekanntenkreis. Es kommen da nicht mehr so viele dazu, es sei denn, man wechselt jetzt ständig den Arbeitgeber. Und mit dieser Strategie, wenn man jetzt zweimal pro Woche irgendwo hingeht, auf ein Event, was einen sowieso interessiert und dort, sagen wir mal, proaktiv ein, zwei oder vielleicht drei Leute kennenlernt, dann sind das pro Woche sechs Menschen, die man kennenlernt im Monat, also mal vier, sind das 24. Und angenommen, ich mache das jetzt drei Monate, da sind das 72. Jetzt wird er sagen, oh, ist aber nicht besonders viel. Ich sage, 72 Leute im Monat neu kennenzulernen, sind 100% mehr, 100% mehr als 99% der Leute da draußen auf normalem Wege kennenlernen würden. Ja, und das wisst ihr genau, weil das Problem ist nämlich, dass bei den meisten alles nach dem Zufallsprinzip funktioniert. Ihr kennt aber auch das Sprichwort, je planmäßiger ich vorgehe, desto wirksamer werde ich oder desto wirksamer trifft mich auch der Zufall. Und das ist eine Strategie, die ich mit so vielen Seminarteilnehmern umgesetzt habe, mit so vielen Coaching-Teilnehmern, die ich selbst für mich hin und wieder umsetze, wenn ich ein neues Thema habe oder in neue Kreise reinkommen will. Ich suche mir die Events, Veranstaltungen, Anlässe, die mich interessieren, gehe dorthin, lerne dort neue Leute kennen und nehme mir von jeder Veranstaltung die drei interessantesten Menschen mit. Es gibt immer einen interessanten Coach, es gibt immer einen interessanten Redner, einen Vortragenden, einen Veranstalter und meistens sind im Publikum immer ein, zwei Leute, die auch immer noch ganz, ganz spannend sind. Und ich rede jetzt hier nicht von Network-Marketing-Veranstaltungen und ich rede jetzt hier auch nicht von irgendwelchen Events, von irgendwelchen Trainern, die viel Geld kosten, sondern wenn ihr googelt, dann sucht ihr natürlich nach den kostenlosen Veranstaltungen. Ich gebe euch hier mal ein kleines bisschen Inspiration. Hier gilt es auch, dass man so ein bisschen querdenken lernt. Schaut mal, es gibt zum Beispiel Ernährungsvorträge in Apotheken. Es gibt Vorträge zu jeder Erkrankung in Krankenhäusern, ob das Depressionen, künstliche Hüften sind, Schwangerschaftsvorbereitungen. Jetzt werde ich sagen, was soll ich dort? Schaut mal, da sind ja ganz, ganz interessante Leute oftmals da. Da sind Ärzte, da sind Leute aus Heilberufen, da sind Betroffene. Also je nachdem, ob das jetzt vielleicht euer Thema ist, ob euch das selber interessiert, müsst ihr selber entscheiden. Schaut mal, es gibt Tage der offenen Türen in Fitnessstudios. Es gibt Vorstellungen von neuen Autos in Autohäusern. Es gibt kostenlose Wein-Info-Abende. Es gibt Schaukochen in Küchenstudios, die natürlich ihre Küchen verkaufen wollen. Es gibt Tage der offenen Tür in Baumärkten. Es gibt Veranstaltungen, wo neue Produkte eingeführt werden. Ich habe letztens in dem Baumarkt gesehen, einen kostenlosen Kettensägenkurs konntest du dort machen. Es gab dort einen kostenlosen, also einen Schaugrillen. Wenn ihr ein bisschen weiter geht und dann mal in die sozialen Netzwerke reinguckt, wer jetzt sagt, Mensch, bei Google finde ich gar nicht so viel, wobei das schon, pardon, absolut ausreichend ist. Geht doch mal bei Xing rein. Geht mal bei LinkedIn rein. Das sind die Business-Netzwerke. Guckt euch dort die Events an, ruft die mal auf oder guckt zu Facebook rein, was da so in eurer Region für Events laufen und sucht euch mit Augenmaß genau die aus, wo ihr sagt, hey, die gefallen mir. Das kann eine Kräuterwanderung sein, das kann kostenlose NLP-Infoabend sein, das kann eine Informationsveranstaltung sein, das kann eine Musterhausausstellung sein, das kann eine kostenlose Zumba-Stunde sein, das kann ein Freeletics-Schnupperkurs sein, also je nach Jahreszeit und je nach eurer Fasson. Wenn ihr also diese Interessen, die ihr habt, ganz genau aufgeschrieben habt und das dann alles Generalstabsmäßig, sage ich wirklich mal, durchgoogelt und dann euch diese Liste schreibt, ihr werdet, oder nach dieser Liste oder nach diesen Events googelt, ihr werdet so spannende Sachen finden, Unternehmerforen, Frauenstammtische, es gibt so viele Vereine. Ja, auch wenn das vielleicht jetzt ein paar Euro kostet, aber ich selber, um ehrlich zu sein, ich würde aller zwei Monate irgendeinen neuen Kurs machen in der Volkshochschule. Ja, es gibt ja in der Volkshochschule alles für drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro pro Kurs. Ja, also wie soll man sagen, und wenn es nur darum geht, irgendwie wie man Brot selber bäckt, der ein oder andere wird lachen, aber es soll euch an dem Moment wie Schuppen von den Augen fallen, das ist das Ziel dieses Videos. Schaut mal, wenn ich sechs Wochen hintereinander mit 20 Leuten zusammensitze, mit denen ich einen Kurs mache, wie mir eigenes Brot bäckt, also so dumm kann es gar nicht zugehen, dass ich da nicht mindestens drei, vier, fünf Gleichgesinnte als neue Bekannte oder Freunde gewinne. Und das Entscheidende ist doch jetzt, wenn ich das jede Woche mache, zweimal, dann ist es vollkommen egal, ob ich da heute aus diesem Kurs jemanden gebrauchen kann oder aus dem nächsten nicht. Das ist einfach wie beim Fonds sparen, ja, es gibt einen Coast Average Effekt und die Kontinuität wird es letzten Endes bringen, dass über zwei, drei, vier, fünf Monate aus den 50, 60 Leuten, die ihr neu kennengelernt habt, dass da fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn dabei sind oder 15, mit denen ihr irgendwie menschlich in Verbindung bleibt und die ihr dann im Nachgang, und das ist das Entscheidende jetzt vielleicht noch abschließend auch auf euer Produkt oder auf euer Geschäft kennenlernt, äh, ansprecht, genauso wie ihr das mal mit euren Freunden, Bekannten oder Verwandten getan habt. Weil, wenn man den Menschen grundsätzlich schon kennt, wenn ein verbindendes Thema die Ursache des Kennenlernens war, dann ist es ja auch viel, viel leichter, denjenigen dann zu terminieren und einzuladen, wohin auch immer, weil schon eine menschliche Vertrauensbasis da ist, ja. Und, ähm, ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr das, äh, für euch erkennt, diese Genialität, dass es kein Zufall mehr ist, neue Leute kennenzulernen und schon gar nicht neue Leute für euer Business zu gewinnen. Und, ähm, wer, ähm, wer da so ein bisschen auch vielleicht noch einen anderen Namen für dieses Konzept haben möchte, äh, das heißt zweimal wöchentlich die Szene putzen. Also nicht die Szene, sondern die Szene draußen, dort wo das Leben tobt, dort wo Menschen sind, dort wo Gleichgesinnte sind, dort werdet ihr auch Partner für euer Business oder Kunden für eure Produkte finden. Abends auf der Couch bei Let's Dance, ja, äh, äh, da findet ihr keine Kunden, da macht ihr keinen Umsatz, da findet ihr keine neuen Geschäftspartner. Also, geht raus, ähm, bildet euch in den Themen weiter, die euch als Mensch ausmachen, die euch sowieso interessieren und werdet ganz, ganz spannende Menschen kennenlernen. Und ich freue mich schon auf eure, auf eure Feedbacks. Schreibt mir gerne mal unter das Video drunter, was ihr davon haltet. Gerne auch, ähm, vielleicht habt ihr noch eine spezielle Strategie oder einen Weg, wo ihr sagt, so mache ich das. Und, äh, ja, wenn euch das Video gefallen hat, ganz klar, so wie immer, äh, haut das weiter an eure Geschäftspartner. Ich weiß, da draußen sitzen ganz, ganz viele, die sich aktuell Gedanken machen, wo kriege ich neue Leute her. Das könnte, das kann, das wird ein Weg für eben diese Menschen sein. Lasst mir ein Like da, abonniert auf alle Fälle den Kanal vom Rekrutier. Und wer Lust hat, schaut auch mal bei Facebook vorbei, äh, haben wir eine tolle Fanseite. Und lasst da einfach ein Like da. Bis bald, ciao, euer Rekrutier. oi- Rekrutier.